Halli und hallo liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spieleparadies mit mir, Zemaxi. Wir sind jetzt gerade auf der Suche nach der Seherin. Die wird, denke ich, mal hier drin sein. Was sind die hier für Probleme? Die stehen einfach nur davor, okay. Wahrscheinlich die Watteschlange. Hallo Seherin. Will ich jetzt die Schafe da draußen abwohnen? Für alle Vegetarier und Veganer, schaut am besten mal weg. Ist vielleicht doch nicht das Spiel für euch. Ich weiß nicht. Na, da seht ihr. Also ich muss sagen, diese Opfergaben von Tieren, das finde ich jetzt auch nicht so... Ja, nachvollziehbar, keine Ahnung. Aber war halt damals so. Ist in manchen Religionen heute noch so. Jetzt wollen wir einfach mal, was ich mache. Oh, jetzt dürfen wir nicht mal mehr reden. Entschuldigung. Danke. Okay. Will ich bestimmt machen. Molda, I... Your heart is restless. Your mind clouded. You seek more than a guarantee of good omens. I seek the God's wisdom. You wish to know who would best serve this clan as Jarl. I do. Between Vili and Trukvi, there's no clear choice. We stand in the shadow of the giant, the great keeper of secrets. Here, you'll find a drink of the resounding sea. Ascend the sleeping Jötun. Consume the waters and meditate at its peak. Do not seek answers to your questions. They will find you. Okay. Erkunde den Schummel in Jötun. Hm. Letztes Mal haben wir ja hier schon mal synchronisiert. Macht natürlich Sinn. Ähm. Dass wir da jetzt hier auch was machen müssen. Geh mal auf den Gipfel. To seek an answer, I should clear my mind and still my heart. Okay. Da bin ich. Und jetzt soll ich meditieren. Dann lass uns das mal machen. Mir wäre das jetzt kalt. Wird mir ein Feuer angemacht. Nein. Aminghajal? Is it truly you? Of spirit, not of flesh. Why have you not reached Odin's Hall? Ich will, in time. Als die Flames of mein Pyre burnen, ich werde den Weg von Woodsmoke nach der All-Father Hall of Champions sein. Das ist eine Krühe. Was ist das? We are only following it's pattern. Yet you see it coming. You welcome it. Shall I renounce my fate then? Abandon the path to glory I walk. No. I want you to die in defense of it. Was? Äh, was? Was zur Hölle? Wo ist er hin? Ach, da oben. Yo, wofür wird der mich denn hin? Na komm. Und boom. Das war ein heftiger Betäubungsstab. Wo have given me the great battle death I sought in life. You old fox. Was that the point of riling me up? Ah, the old father. He comes to welcome me to his hall. And I must follow. The choice you make will be the right one. Es ist wirklich egal, was wir machen, denke ich. Mein Innerstes sagt mir Drückvieh. Und was bringt es einem, jemanden da auf dem Thron sitzen zu haben? Wenn ich da nicht auf dem Thron sitzen will. Ist ja Quatsch. Zack. Deshalb, wir werden jetzt erstmal mit Willi noch reden. Hier ist ein gutes Stück weg. Wir treffen uns einfach dann bei ihm. Oh, alles weiß auf einmal, oder? Cool. So, da wartet Willi schon auf uns. He lives in a cave north-east of Khemstorp. I would take you there myself, but I have Isbjorn to retrieve. Isbjorn? Your father's spear? Did he not wield it at Ulkerthorp? She lost it some winters back on a bear hunt. He hit the beast hard, but the spear stuck and the bear fled into the forest. And after all these winters, you hope to find it again and present it to the pyre. The odds are narrow, to say the least. Fret not, friend. And I have a nose for these things. Seek out the exile. Here's Sethil's shield. Ich will lieber zum Bear gehen, aber okay. Und dann suchen wir halt einen Künstler. Nämlich kehrt Willi und versetzt zurück. Ist nicht so die sicherste Sache, einem Bear hinterher zu gehen. Aber okay. Wir gehen zum Künstler. Vielleicht ist das ja auch nicht sicher. Ich meine, er lebt im Exil. Er wurde wegen irgendwas verbannt. Das hätte ich jetzt eigentlich auch ohne Rabe gefunden. Kommt mir alles bekannt vor. Oh! Yo! Boah, getroffen. Noch mehr Wölfe. Und dann, wenn du hier so viel verbannt bist. Das muss man hier so sagen. Das muss man hier so sagen. Wer würde hier so leben? Naja, wenn du verbannt bist, ne. Was willst du anders machen? Versuche den Ausgestoßenen. Achso. tiefer hinein ich dachte der ist vielleicht auch draußen sein und ich hab den eingang nicht gleich gesehen ist gut verborgen richtig also zum leben ist schon krass wenn man hier allein ist würde man einfach dem leuchten nachgehen gar nicht groß suchen die exil must value solitude living in a hole such as this ist schon wie gesagt was will er machen ok ich hab das gefühl ich gehe gerade im kreis natürlich sein ja da ist er und dann hallo stürmer ist stürmer das ist das ist das ist bestimmt ach nein ach nein ach 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 Okay. Sieht doch gut aus. Das war einfach. Harald's heart never wavered. In life it did not. But in death it lies as still as a stone. You have not had answers. Will you help me with my etching? Oh, so much pain. I will do that. How will you remember him? Oh. Bestimmt. Wenn er jetzt nur solche Striche draufmalt, das hätte ich auch selber gekannt. Wie warst du hier? Fertig. Ich wurde eine Todesmacht. Ich fühlte mich nicht. Aber ein Mann wurde getötet. Heming Gyal wollte ich leben. Die Stadt... nicht. Meine Zeit und Exile. Was? Augenlicht. Oh oh. Ich hab da so ein ganz schlechtes Gefühl. Und er sagt, das Schicksal hat schon entschieden. Könnte es das sein, dass Willi gar nicht mehr da ist? Echt gesund. Ist hier hoch? Ich hätte jetzt nicht nochmal durch die ganze Höhle zurück gewollt. Aber hier scheint es raus zu gehen. Jo. Oh nein, endlich. Seit Nacht, ne? Da kann es schon mal ein bisschen dunkler sein. Und jetzt ab nach Hause. Oder wie auch immer. So Leute, wir sind wieder hier angekommen. Willi ist anscheinend irgendwo anders. Soll ja aber mit Sunifer reden. Ich würde aber trotzdem mal sagen, wir sehen uns dann einfach das nächste Mal wieder. Ich bin gespannt, ob Willi jetzt irgendwas passiert ist oder ob das einfach nur so ein Bortspiel war. Keine Ahnung. Du Rasse! Dass das Schicksal schon entschieden hätte. Er hat versucht den Speer zurückzuholen von einem Bären. Wer weiß. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Deshalb schaut auf jeden Fall das nächste Mal wieder vorbei. Vielen, vielen Dank euch heute fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ihr mit hier im Spieleparadies. Mit mir ist der Maxi. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Und tschüss.